Das ist ein Scheiß-Tag, Bruder. Soll ich dir ein Kissen holen oder deine Fische massieren? Du kannst mich mal. Ich finde, du siehst ziemlich am Arsch aus. Liegst im Dreck wie ein benutzter Gummi. Du verreckst hier draußen, kleiner Bruder. Und wofür? Für ein Mädchen. Wir haben ein kleines Mädchen verloren. Du stehst jetzt also auf kleine Mädchen? Als mal. Was ist los mit dir, Herzchen? Mehr hast du nicht drauf? Schmeiß das Handtäschchen weg und klettere. Lieber dein verdammtes Maul. Sonst war's. Uh, kommst du dann hier hoch und willst es mir stopfen? Na los, wenn du glaubst, dass du es drauf hast, mein Kleiner. Hey, wie wär's, wenn du deine Highheels aussiehst? Versuch's doch mit Klettern. An deiner Stelle würde ich zwischendurch mal eine Pause machen. Ich glaub nämlich nicht, dass du es bis nach oben schaffst. Komm schon, komm schon, kleiner Bruder. Ja.